Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Universe Community Video. Ich bin Sebastian von Star Wars Basis und ich werde euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und eure Fragen beantworten. Wie auch die Fragen, ob es in Legends überhaupt noch Platz gäbe, weitere Geschichten zu erzählen, warum Palpatine den Separatistenrat ausgerechnet nach Mustafar verlegt hat und warum Lukes Name eigentlich nie in Lars geändert wurde und Skywalker blieb. Aber lasst uns erstmal die News der letzten Woche anschauen. Da haben wir zum einen, dass die Ahsoka-Serie in einen Marvel-Comic verwandelt wird. Vermutlich eine 1 zu 1 Adaption. Relativ interessant. Ich bräuchte sowas, um ehrlich zu sein, aber nicht wirklich. Dann gab es ein neues Interview mit Ewan McGregor und das fühlt sich langsam irgendwie wie so ein Déjà-vu an. Jahre über Jahre, jedes einzelne Mal, wenn Ewan McGregor in irgendeinem Interview war, wurde gefragt, wie sieht es mit dem Obi-Wan-Kenobi-Film aus? Es gibt doch Gerüchte über einen Obi-Wan-Kenobi-Film. Wird da jetzt eine Serie draus? Ist das ein Film? Kommen da mehrere Filme? Und immer wieder hat der Typ das Gleiche geantwortet. Immer wieder hat er gesagt, ja, entweder es gibt noch keine Gespräche oder wir hatten Gespräche, aber momentan liegt das Ganze auf Eis und schwupps auf einmal kam das Ganze. Und jetzt, der arme Typ, die Fragen hören scheinbar nicht auf, kam die Frage, ob da eine Staffel 2 kommen wird. Und seine Antwort war im Prinzip wieder komplett die gleiche. Er hätte mega Bock drauf, aber es gibt noch keine Gespräche, denn bei Disney passiert momentan auch einiges, da ist einiges los, deswegen keine Ahnung. Also entweder er hätte Bock drauf und es gibt noch keine Gespräche oder er hätte Bock drauf, hat schon was unterschrieben und hat jetzt ein NDA und darf nichts sagen. Wer weiß, wer weiß. Dann aber noch deutlich traurigere News. Carl Weathers, der Schauspieler von Greef Karga, ist leider in der letzten Woche verstorben. Der war unter anderem in den verschiedenen Rocky-Filmen zu sehen, aber auch in Predator und hat dann eben in The Mandalorian die Rolle von Greef Karga übernommen und hat da, soweit ich weiß, auch das erste Mal Regie führen dürfen für, ich glaube, zwei Folgen. Es gibt aber auch noch ein bisschen Tratsch, was Videospiele angeht, nämlich Star Wars Outlaws vom Videospieljournalisten Tom Henderson. Der sagt nämlich, dass Ubisoft für Outlaws einen Release für ungefähr Mai anstrebt. Als Star Wars Fan denkt man dann natürlich direkt an den 4. Mai, aber mal schauen, denn er sagt quasi auch im gleichen Satz, dass er bei Ubisoft schon sehr, sehr häufig so Sachen intern gehört hat und generell sehr häufig Release-Daten angesprochen worden sind und Ubisoft quasi schon dafür bekannt ist, dass die ihre Titel dann gerne schon mal wieder verschieben. Deswegen, bisher, sagt er, ist Mai so intern angepeilt, aber weil eben Ubisoft so eine Geschichte hat, würde es ihn auch nicht wundern, wenn es weiter nach hinten verschoben wird. Das waren aber auch die News der letzten Woche. Wenn in dieser Woche irgendwas Neues passiert, werdet ihr das natürlich nächsten Montag im nächsten Community-Video hier erfahren und kommen wir damit zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche hochgeladen habt. Da haben wir zum einen von Bounty Hunter 499 einen, so wie es aussieht, so gut wie lebensgroßen oder wirklich lebensgroßen B1 Kampfdroiden, der noch komplett grau ist. Der nächste Schritt ist jetzt wohl Schleifen und dann Lackieren. Ich bin mal gespannt, wie der dann im Endeffekt aussieht. Sieht bisher aber auf jeden Fall schon sehr krass aus. Und von Jan, der hier auch Mitglied des SWUs und des SWBUs ist, kommt eine Zeichnung von iDraxNet aus der High Republic. Und ich muss gestehen, soweit bin ich bei der High Republic noch gar nicht, den kenne ich bisher noch nicht. Sieht aber cool aus. Das waren aber auch die Kreationen. Wenn ihr jetzt selber euch die Kreationen anschauen wollt oder noch eigene Kreationen hochladen wollt, kommt gerne auf den Star Wars Universe Discord Server. Der Server ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und da könnt ihr unter der Kategorie Kreatoren den Textkanal SWB Community Creations finden und dann da die ganzen Kreationen sehen und auch selber welche hochladen, die dann potenziell hier mit in die Videos kommen können. Und kommen wir damit zur Beantwortung eurer Fragen. Die namensgebende Frage stammt von NirolfFootball und lautet, wieso wurde der Nachname von Luke nicht in Lars umgeändert, sondern blieb Skywalker? Das ist eine ziemlich, ziemlich gute Frage, zu der es, glaube ich, keine In-Universe-Antwort gibt. Out-of-Universe ist es natürlich. Vermutlich wusste George Lucas zum Zeitpunkt von Episode 4 noch nicht, dass halt eben Luke sich dort versteckt und der Name seines Vaters ebenfalls Skywalker war und das vielleicht auffällig sein könnte. Und deswegen war Skywalker einfach ein cooler Name und dann die Idee von Anakin Skywalker kam dann halt erst etwas später. Und das ist halt der Out-of-Universe-Grund. In-Universe gibt es, glaube ich, keinen und ist auch wirklich, wirklich schwierig zu finden. Das Einzige, was ich mir so vorstellen könnte, wäre vielleicht, dass die Angst hatten, dass Obi-Wan stirbt und im Endeffekt dann niemand mehr weiß, dass Luke ein mächtiger Jedi werden könnte. Und deswegen wurde das in Skywalker gelassen, dass potenziell auch ein anderer Jedi-Überlebender, der auf Tatooine mal sein könnte und von einem Skywalker-Sohn hört, das Ganze in irgendeiner Art und Weise dann rausfindet und ihn dann irgendwie ausbilden könnte. Aber das ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Aber wenn ihr noch andere Theorien habt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. CCXG3QI schreibt, Gibt es in Legends noch freie Zeiträume, wo man etwas erzählen kann? Ich meine damit jetzt nichts vor oder nach den aktuellen Geschichten, so Dawn of the Jedi und Legacy und jetzt auch nichts, wo man versucht, noch Geschichten in bereits voller Abschnitt der Geschichte reinzudrücken. Brauche jetzt zum Beispiel nicht noch eine Story während der Klonkriege. Mir fällt jetzt nichts ein, wo es noch offene Plotlines gibt, abgesehen von einzelnen Charakterschicksalen Starkiller, Seth, Finn, Gafidrin, etc. Na gut, aber dann ist die Frage, was genau möchtest du dann da jetzt sehen? Naja, wir haben offene Plotlines um die ganze Galaxis, um die Jedi und die galaktische Regierung zu der Zeit mit Fate of the Jedi. Das ist nicht wirklich zu Ende geführt worden, die Story da. Da ist diese ganze Luke-Story und sein Jedi-Orden, die weitergehen kann und dann bis hin zu Legacy könnte das Ganze erzählt werden, wie dann auch dieses neue Fell-Imperium vernünftig entstanden ist. Da sind noch sehr, sehr große Lücken. Und wir haben natürlich auch noch sowas wie die Republic-Kommando-Bücher, die dann zu den Imperial-Kommando-Büchern wurden, die definitiv nicht weitererzählt worden sind. Da wäre dann auch noch einiges zu erzählen. Ansonsten gibt es eine lange, lange Zeit zwischen dieser Old Republic-Ära und dem, was wir bei Darth Bane sehen, was man in Legends noch erzählen könnte. Da haben wir Geschichten aus einzelnen Begleitbüchern, wo man so Sachen herausfinden kann, aber das sind halt nur so grobe Überblicke, wo die Republik teilweise dann auch gar nicht so nett war, ein bisschen böse geworden ist. Und da könnte man noch Geschichten erzählen. Und diese Darth-Bane-Ära, so tausend Jahre vor den Filmen, da ist auch noch nicht so viel erzählt worden. Da haben wir die Darth-Bane-Bücher und im Prinzip die Knight-Arends-Sachen. Und das war es auch schon fast so tausend Jahre vor Yavin. Und natürlich könnte man diese Zeit zwischen Bane und Palpatine noch besser verbinden. Klar, wir wissen um Palpatine und Plagueis und ein kleines bisschen von Plagueis' Meister in Legends. Aber man könnte natürlich eine Buchreihe machen, die zeigt, wie die Sith wirklich von Darth-Bane aus in kompletter Versteckung sozusagen sind, immer und immer mächtiger werden, bis es dann halt Richtung Plagueis und Palpatine geht. Das könnte ziemlich interessant in Legends sein. Und generell finde ich auch einfach, dass Legends als Setting deutlich anders ist als der Kanon noch. Die nähern sich ein bisschen an. Aber dieses Legends-Setting mit all den Kreaturen und Planeten und Geschichten drumherum, die wir haben, gefällt mir halt immer noch ein bisschen besser. Und einfach da Geschichten in diesem Setting haben. Ich habe letztens zum Beispiel auch den Roman Die Geißel gelesen, was ein Legends-Krimi-Roman war. Und einfach mal ein Krimi in Star Wars noch haben irgendwo mit ganz neuen Charakteren, was halt einfach in diesem Setting spielt, ohne dass da Charaktere bei sind, die wir schon kennen. Warum nicht? Und in diesem Roman ist auch die Kooperations-Sektor-Verwaltung aufgetaucht und die Hutten, die näher beleuchtet worden sind. Da mal ein bisschen mehr einen Blick drauf zu werfen, Geschichten aus Huttensicht und da die Hintergründe der Hutten zu zeigen, vielleicht deren Butana Hutta, dieses Juwel der Hutten mit richtig superreichen Planeten, wo nur wichtige Hutten hin dürfen, die da eine fette Flotte über Jahrtausende haben, die nirgendwo eingreift und einfach nur zur Verteidigung gedacht ist, fände ich auch ziemlich cool. Also da gibt es durchaus noch Sachen in Legends, die erzählt werden könnten, die auch frisch und neu sein könnten und interessant werden könnten. Dann die Frage von Andreas lautet, gab es einen besonderen Grund, warum Palpatine den Rat der Separatisten ausgerechnet nach Mustafa verlegt hat? Soweit ich weiß, wird uns in den verschiedenen Romanen und auch Begleitbüchern nicht wirklich ein Grund genannt, korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass Mustafa ausgewählt worden ist, weil es eben so schön weit weg ist. Da gab es jetzt keine großartige Präsenz von irgendeiner planetaren Armee oder so, auf die die Separatisten-Anführer hier zurückgreifen hätten können. Es gab keine riesigen Kampftruiden-Armeen und es gab halt auch nicht wirklich Jedi in der Nähe oder Klone in der Nähe, die das hätten beobachten können. Und damit war das schön weit weg. Palpatine konnte da einfach die komplette Führungsriege der Separatisten auslöschen lassen, ohne dass irgendwer mitbekam, warum und wie das Ganze passierte. Und ich glaube, das ist ein guter Grund, um die Nachmusterfahr verlegt zu haben. Und die Frage von Christy Berdger. Kannst du ein Video über alle Port-Rennfahrer machen, die in Episode 1 zu sehen waren, deren Geschichte und deren Gründe erzählen, warum sie bei diesem Rennen mitmachen? PS, super Videos. Danke dir. Und ja, um ehrlich zu sein, das wäre mal ein sehr interessantes Video. Ich habe in nächster Zeit das ein oder andere große Video schon geplant, schreibe ich mir aber auf die Liste. Das wäre auf jeden Fall ein Video, was deutlich mehr Zeit vermutlich auch noch in Anspruch nimmt und eins, was ich vermutlich auch nur in Legends machen kann, weil wir im Kanon da glaube ich kaum Informationen drüber haben. Aber schreibt auch gerne mal ihr anderen in die Kommentare, wie ihr das finden würdet. Und natürlich auch gerne weitere Fragen schreiben, die ich in den weiteren Community-Videos beantworten soll, denn das war jetzt die letzte Frage für heute. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.